Ein Museum stellt Freundschaftsanfragen an interessante zeitgenössische Künstler, die wiederum in eine freundschaftliche Beziehung mit dem Museum, seinen Menschen und seiner Kunst treten. So geschieht es gerade wieder im Vonderheit-Museum, das die Leipziger Künstlerin Franziska Hohlstein ins Haus geholt hat. Mit einem beeindruckenden Ergebnis. Die erste Etage des Hauses erstrahlt neu, ist heller, moderner, freundlicher. Eine Einladung zu einem choreografierten Rundgang durch sechs Räume. Um zu erleben, wie heutige und ältere konkrete Kunst in einen stillen Dialog geraten, auf diskrete und beeindruckende Weise. Selten direkt, nie plump. Viel zu selten gezeigte Schätze des Museums sind ebenso zu sehen, wie eigens von Franziska Hohlstein geschaffene, manchmal über vier Meter hohe Wandarbeiten. Ein nie endendes Fest von Form und Farbe. Auf einem Rundgang führten Kuratorin Beate Eickhoff, Franziska Hohlstein und Museumsdirektor Roland Mönig ins Thema ein. Die zweite Ausstellung des Formats Freundschaftsanfrage ist bis zum 24. September zu sehen. Der Ausstellung des Formats Freundschaft, Par주